Maniacs vs. Team Ogre Zum Beispiel habe ich Leon gegeben Und bei ihm habe ich den Bär gegeben Und habe mich dafür entschieden Meisterdribble und Feuerboost zu geben Weil ich ihn jetzt komplett auf Dribble spiele Und er ist halt der Stürm So dann passt das hier wieder Auch wenn das da oben was anderes steht Da steht Stürmer Aber ich habe die jetzt so umgeswitcht Das passt besser Ansonsten habe ich hier auch noch was geändert Und zwar anstatt Kraftfallerschuss Habe ich hier Volltreffer drauf gepackt Was ich beim letzten Mal bekommen habe Und das war es eigentlich Genau die Beine habe ich geswitcht Da habe ich jetzt einen Dribble-Zoll drauf Hier habe ich einen Schuss-Zoll drauf Hatte die Auswahl glaube ich zwischen Leon Und glaube ich nochmal sowas hier Wie der Hekleck Höheleck Aber ich nehme jetzt einfach mal Da, da, passt schon Jetzt haben wir einen Hase Unten, unten, Dingens Da, einen Löwe dabei Joa, ich habe mich noch nicht entschieden Also so ganz entschieden Für was ich das Dingens nutzen möchte Eigentlich würde ich das gerne Das hier Phalanx upgraden Ähm, ich könnte daran heute auch Gesteins Beim Upgraden Aber das ist schon wieder eine Plus-Sache Ich will gerne mal was anderes Beim Upgraden Ähm Ja, dafür müssen wir das erstmal Natürlich auf Maximallevel bringen Damit ich das Upgraden darf So, ganz kurz dazu Gut, Team Ogre Wir haben das gleiche Shirt an Nur die Heimvariation Da müssten die jetzt natürlich Das auswärts haben Und man sieht Die sind schnell unterwegs Die sind schnell unterwegs So Osrog Gehen wir auf den Feuervogel Da kommt eine Soul Eine goldene Hydra Okay Der Feuervogel Schauen wir mal Wie wir mit Äh, Donnerklauer Performen 2-2 Definitiv besser als Trickstar Aber wird wahrscheinlich Nicht ausreichen Schauen wir mal 2070 Kommt noch Andoppelte Himmelshand Ja, das wird wahrscheinlich So 2-2 2-5 Ähm Ich meinte natürlich 1-8 Mach ich euch Angst Natürlich Natürlich So Da haben wir das erste Tor Hervorragend Ähm Ich glaube Für den nächsten Stussupgrade Werde ich wahrscheinlich Die Krausgranate Erwecken Würde ich mal sagen Falls ich da irgendwas Bekommen sollte Ja Davon auch nicht vergessen So Kupferdrache Okay Hat leider Keine Auswirkung Ah schau Ich dachte Das wäre jetzt Voll gewesen Äh Wir holen Dachi raus So Da kommt Brunnhild Okay Interessant 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 So Klar gelaufen Aber Was Warum Äh Abseits Kein Abseits Ja Ja dann Probieren wir's Doch einfach mal mit Doch einfach mal mit Warum nicht Die ganze Mannschaft War Aus irgendein Grund Vorne Was ist das Was ist das denn Was ist das denn jetzt Nehmen Ich dachte Ich denke mir so Der wird bestimmt So 2-8 oder so machen Okay Falsch eingeschätzt Balsch eingeschätzt Mission viel geschlagen Alles klar Ja dann Da kommt an den nächste Soul oder Kampfgeist Soul kommt Und was kommt da Ach der Igel Okay Äh Ja Oh mein Gott Wo sind meine ganzen Spieler hin gerade Nirgendwo Vertreten So Vektor Sprint Einmal Activate Oh Krass Krass Das war jetzt Echt Interessant So Der wird Wahrscheinlich Nicht reingehen Mit 1 2 Wird da gar nichts Passieren Aber war Interessant Oh War aber Knapp Trotzdem Auf 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 Okay Wir können uns mit Windhose holen Du kannst Nix Außer So Gewinnen Okay Ansonsten Hätten Könntest du Nix So Gesteins Gesteinshammer Ein bisschen Ein bisschen Doof Zurück Spielen Aber Was hätte ich Machen sollen Also mit Ihm hätte ich Gar nichts Machen können So habe ich Zumindest Eine kleine Chance Auf Das Tor Aber Das hat Jetzt Gar Nicht Funktioniert Oh Er ist schon Stufe 4 Okay Okay Kein Abseits Wo ist denn das Da Meine Liebling Abseitsfalle Ich würde gerne auch wissen Was eure Lieblings Dingens Ist hier Spezialtaktik Wie man merkt Das ist bei mir Tatsächlich Die Abseitsfalle Und wieso War das denn jetzt Abseits Verdammt Das ist nicht gut Ach Toll Okay 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 Zwei Tore Ich hatte auch Hoffnung Dass ich jetzt Gerade Wenn das kein Abseits Gewesen wäre Hätte ich Versucht Ein drittes Zu schießen Führung halten Führung halten Okay Okay Drei Tore Müssen wir noch Dann würde ich Sogar sagen Dass wir Tatsächlich Gail mit Hinein nehmen So Unser MVP Spieler Geil Geil Okay Okay So Phalanx Sehr gut Schilde Po Kein Level Up So Kein Abseits Wunderbar Dann Donnerklaue Let's go 2199 Den Einpunkt Hat Nicht Ausgereicht 280 Kommt noch Ungefähr An Er ist immer noch In der Soul Drinnen Reicht aber Gerade Trotzdem Nicht Sehr gut Sehr gut Euch Machen Wir alle So 3-0 Haben wir schon Mal Sehr gut Mission Fehlgeschlagen Bisher Wollen wir noch Nicht Ganz Das könnte Aber noch Kaum So Schnell Zurück Sehr gut Okay Komm Wir riskieren Jetzt einfach Mal Powerpuls Feder Der Glut Feuervogel Rüstung Ah Schade Da war Powerpuls Zu schwach Da war Powerpuls Zu schwach So Eierkuchen Falle Sehr gut Gewinnt Du hast dich Sehr gut Behauptet Du bist von 0 auf 100 Eier Gequält So Wie sieht's Hier aus Ein direkter Schuss Nehmen wir doch Gerne an Hier Nehmen wir doch Gerne an Sternwarte Vielleicht sollte ich da auch noch irgendwie Luftboost drauf klatschen Ey Wäre eigentlich auch nicht verkehrt Beides Feuer und Luftboost gefüllt Eigentlich wollte ich den zum kompletten Feuerspieler machen Boom Oh Da kommt er mit den 700er an Okay Oswog hat hier einiges gezeigt Fast ein Headtrick Ne Er hat zwar drei Tore Aber ein Headtrick ist ja wenn man drei Tore in Folge schießt Das hat er jetzt noch nicht geschafft Könnte rein theoretisch Wenn wir hier Uns vorbei Sneaken Mit Powerpulse Schade Powerpulse ist gerade noch zu schwach Balkantunnel Bakürenwall Okay Du kommst hier nicht Vorbei Das ist ja gut Immer aufpassen Oh Immer aufpassen Sag ich So Come on Annorell Schattenaprobat Okay Was macht das? Okay Eins Zwei Das sollten wir doch Easy peasy halten Oder? Ja Okay Keine Panik Auf der Titanic Oh Was war das denn jetzt? Oh Nein 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 Oh Nein 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 Das war jetzt nicht so geil Eierkuchenpalle So Himmelsstunde Ach Come on Aber es könnte dann Foul werden Schade Kein Foul Kein Foul Ja Der Tiger Kommt da Oh Ich habe Angst vor Kette Aber kommt nicht Wir werden definitiv Atlantis Machen Block Ja Wunderbar So Was ist denn hier los? Oh Was ist denn jetzt hier los? Ey Komm Ein Tor Müssen wir noch machen hier Was ist denn hier los? So Wir müssen einmal austauschen Was ist denn jetzt hier los? Ein Tor Will ich noch machen Wir gehen mal auf Die Hyäne Oh was? Oh was? Oh was ist denn jetzt hier los? Ey Ein Instant Block Oder was? Ey Was war da los? Der kriegt einen Crit In die Zeit laufen wir davon Ey Mach nicht diesen jetzt hier Stick Stick and move Oh nein Der Scherif Pfeift jetzt gleich ab Ne Weicht das? Ach komm Dein scheiß Ernst wieder Oh Mann Ich hasse es Wieso? Wieso das denn jetzt? Ich hasse es Wenn er während des Angriffs Einfach abpfeift Das heißt wir müssen nochmal gegen sie antreten Das gibt es doch nicht So unlucky gerade wieder Und das war gerade auch sehr merkwürdig Ey Ich dachte ich komme mit einem Sternkreuz da durch Deswegen habe ich mich für die Sol entschieden Aber nein Er hat Instant den Ball geholt Bekommt Schattenspehr, Schuss, Ultra und Pechvogel Ja okay Das ist aber ärgerlich immer Wenn die mitten im Angriff Immer abpfeifen Das ist doch echt mies Naja Da müssen wir nochmal gegen sie antreten Und vielleicht schaffen wir es diesmal mit 5-0 Ist zwar ärgerlich Kann man halt nichts ändern Und ja Wir sind uns hoffentlich dabei Im nächsten Spielmatch wieder also Bis dann